Ich weiß nicht, ob ich da niedergehalten war, aber ich habe dem seinen Kopf einfach nicht getroffen. Hat er das Flier tatsächlich einen Unterschied gemacht bei meinem? Wow, MBT-Lob. Hallo? Okay, einer, der sich um die Revise kümmert. Wow, LVG, Spammer. Shit. Wahrscheinlich kann ich jetzt nicht mehr revived werden. Dafür schießt die AK-12 viel zu langsam. Wo sind wir hier? Ach, hier sind wir. A la hope. Nur mal. Also entweder die Waffe tanzt da richtig krass rum oder ich tanze da viel zu krass rum. So, jetzt hat er den gekillt. Jetzt könnte er mich wieder beleben. Nein. Ihr schießt sinnlos Granaten da hoch. Okay. Einen konnte ich killen. Und der hat mich auch gekillt. Ist wahrscheinlich wieder einer mit der Saiga und Splitter Zeugs. Okay. Den hat es wenigstens gekillt. Kann ich hier irgendwas machen? Bitte. Ich habe doch sicher mit irgendeinem Karabiner genug gespielt, dass ich ihn... Okay. Einen Iron V. Mehr brauche ich nicht. Was ich aber brauche, ist nicht C4. Nicht die Bewegungsmelder. Ich brauche ein Tux. Und hier brauche ich ein Täuschziel. Weil das kann bei denen richtig viel kaputt machen. Ich glaube, hier ist eine gute Stelle dafür. Ich glaube, hier ist ein Täuschziel. Shit. Da habe ich nicht gut genug gezielt. Da einen richtig guten Push zu machen, dafür braucht man ein Skill. Und Glück. Ich habe das Gefühl, mein Tux ist wieder weg. Nein. Steht noch. Shit. Hier kommt es natürlich gar nicht weiter. Fett Balls. Ja, 25,8. Das meiste wahrscheinlich durch C4. Durch solche bescheuerten... Okay, der hat hier schon einen Tux aufgestellt. Das heisst, ich nehme mal die Chance wahr. Hallo? Ich würde gerne vorwärts laufen. Shit. Zwei MGs gleichzeitig. Sowas wünsche ich mir eigentlich von meinem Team auch mal. Weil momentan sind wir am verlieren. Nein, Bewegungsfelder haben sie da natürlich gekillt. Moment, wo sind wir hier? Ich habe keine Ahnung. Okay, Kopftreffer-Bonus heisst, der wird nicht mehr wiederbelebt. Zu viele, zu viele, zu viele, zu viele, zu viele. Wir haben hier zu viele Pimmler. Klar. Ein Schuss weg. Nicht mal einen Headshot. Weil sonst würde sie angezeigt werden. Ich habe keinen Schaden gehabt. Und der hat einfach... Puff. Weg. Auf eine Entfernung von... Was waren das? Sechs, sieben Meter? Ähm... Was habe ich hier noch so? Habe ich hier irgendwas Passendes? Ja. Aber die schießt halt so langsam. Das ist... Ich brauche irgendwas, was Damage macht. Oh, da habe ich einen Flier drauf. Sehr gut. Zielerkennung habe ich auch drauf. Schalldämpfer kann man drauf machen. Adaptiv. Ist ja vollkommen egal, was für eine Tarnung drauf. Schick mir Hilfe rüber. Ich werde hier festgenagelt. Das geht weiter. Ist meine eigenen Leute geflasht, oder was? Will dieser Scheiß-Typ mit seiner Saiga-Splitter... Der macht einem jeden Ecken-Push kaputt. Einen Headshot habe ich ihm gegeben. Aber das scheint dir nicht zu interessieren, solange er da mit seinem Ding rumstehen kann. Irgendwo einen Platz, wo wir ja schon Fortschritte gemacht haben, oder so. Oh, oh. Ah, zu viel. Habe ich voll eine Fleischbank in die Fresse gekriegt. Also, Fleischbank erstmal in die Richtung. Eine Fleischbank erstmal in die Richtung. Und nochmal eine Fleischbank in die Richtung. Da hinten rein, eine Granate. Das wäre schön. So eine Impact. Oh, eine Splittergranate. Die macht mehr Schaden. Ah, ganz vergessen. Da gehen die Tickets zu langsam runter, wenn die Stellungen so verfestigt sind. Sind das jetzt meine, die da reingestürmt sind, oder nicht? Ja, shit. Naja, aber ein Kill, ein Tod. Wieder beliebt werde ich dadurch sicher nicht mehr. Ja. Nein. Absolut gar keine Chance. Ich habe nicht mal gesehen, wie mir geschieht. Ich habe bloß einen Blitz gesehen und dann war ich tot. Ja, MG4. Und tot. So, jetzt aber killt doch wenigstens den. Vielen Dank, äh, du wirst jetzt auch drauf gehen vermutlich. Ich weiß nicht, was du brauchst. Das ist ein Medic. Ich kriege in die andere Ecke. Das ist für dich einfacher. Die erste Hilfe ist hinter dir. Die erste Hilfe ist hinter dir. Was? Bitte, was? Kann der mich wieder, Willi? Ich sehe plus noch. Ja, Battlefield ist grau. Grauer Matsch. Jo, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hier ist nicht wiederbeleben. Monster-Lag. Hier ist deine RTL. Wie kommt das Medikin? Nee, dafür schießt es einfach zu langsam. Schießt zwar relativ genau, aber zu langsam. Das gefällt mir nicht. Ich renne lieber nochmal hier durch. Kills in Folge aufgehalten. Danke. Bitte, bitte. Jetzt hat es kein Feind, der da reingelaufen ist, sondern ein Freund, der mich wiederbeleben kann. Das ist ein Feind, der da reingelaufen ist. Super. Tid, das ist dein Jawohl. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ausdessen, es tun ist. Das ist ein Feind, der da. Schwer, ich bin dran. Ich bin dran. Jetzt bin dran. Wir haben Dresen. Hier ist eine erste Hütte. Shit. Da habe ich gedacht, könnte ich rushen, aber da brauche ich irgendwas, was massig Hüftfeuer hat. Jetzt, Moment. Massig Hüftfeuer, da gab es doch irgendwas. Da habe ich doch mal von einer UMP gehört. Coyote. Taglight zum Blenden. Schall gedämpft. Ah ja, Präzision, warum nicht? Schall gedämpft. A la hopp. A la hopp. Das kann man doch machen. Kabloom. Squad ausgelöscht. Michse haben Squad ausgelöscht. Michse haben zwei Kills gemacht. Und ich bin negativ. Das ist gar nicht gut. Laufe, 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 laufe. Boah, den habe ich komplett übersehen. Wie gesagt, ich habe ihn gesehen, aber viel zu spät. Hm. Da ballert wohl auch gerade einer rein. Was könnte man denn da machen? Irgend so was hier vielleicht? Nö, aber Rauchgranate bitte. Hier ist halt da nichts mehr. Ach, dadurch können die gucken. Boah, das ist ja Sniperparadies schlechthin. Okay, positiv bin ich dadurch jetzt auch noch nicht geworden unbedingt. Rezessionsgewehr, Scout Elite. Aber das Ganze bitte ohne Lampe. Okay. 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 Oh, left, left. Just a grenade. Da müssen die richtig dicke Granate rein. Bitte, 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 bitte. Was? Gehen die Granaten nicht mehr hoch, wenn man tot ist oder was? Gehen die Granaten nicht mehr hoch, wenn man tot ist. Boah, scheiße. Ich bin eigentlich jetzt noch in Wiederbelebreichweite, aber ich vermute mal, dass die meisten viel zu schüchtern sind. Oder sich nicht genug zutrauen. Oh, schlecht geschossen. Wo steht denn der bitte drauf? Ist der irgendwie im Bus drin oder so? Ah, der hat auch einen Fleer. Aber ich glaube, hier hilft mir ein Fleer nicht weiter. Da muss ich wieder meinen JGM drauf machen. Der kann hier irgendwie hinschießen und ich habe keine Ahnung wie. Hier ist scheiße warm. Der Gegner nimmt uns den Punkt C weg. Und wenn wir C verloren haben, dann haben wir ganz verloren. Das ist mal so gut wie sicher. Nördlich deiner Position scheinen feindliche Schatzschütze zu sein. Sie haben ihn nicht eingenommen. Das ist schon mal extremst gut. Das war jetzt extrem wichtig, dass wir den nicht kriegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben schon irgendwas mit 38 Grad hier drin. Und sind sie jetzt wieder zurückgedrängt oder warum? Oder ist das außen? Ich vermute mal, dass das außen ist. Na, hier ist viel zu viel Explosion. Ach, da ist wieder dieser Typ von draußen. Der Junge war niedergehalten. Granate in Anwalt! Granate in Anwalt! Die Position über! Ich bin nicht die Starbein-Polette! Oh, das war ein Double-Kill. Der hat sich drauf erkämmt. Der Typ lebt immer noch, krass. Gegen den muss ich was unternehmen. Ich hoffe, die haben meinen Rücken gedeckt. Na gut, so sehe ich natürlich wenig. Mal wieder um die Ecke erledigt worden. Geil! Sau geiles Spiel. Was? Ich habe schon 44 Tode gesammelt? Okay, da kann ich überhaupt nicht mithalten. Hallo? Ich dachte, die Raketen explodieren in der Luft. Ach, mal die mit ihren Explosions-Gedöns-Zeugs. Und dann immer wieder nur halb wiederbeleben. Ja, einfach gewartet, bis einer um die Ecke kommt, kabumm. Gewartet, bis einer um die Ecke kommt, kabumm. Okay. Okay. Wie... Na, die Saar können wir ja mal trotzdem leveln. ... ... ... ... Einfach mal durch die Gegend laufen. Hier ist dein Medikett, Mann. ... ... ... ... Bedürftigen etwas hinschmeißen. Eine milde Gabe. Und ansonsten hier einfach übers Schlachtfeld rennen. Und ein bisschen Unfug stiften. ... ... ... ... Nach hinten guckt irgendwie... ... Nur ein Zwanziger, Junge. Warum nur ein Zwanziger? Das ist doch die Zeit zum Aufladen. Jetzt heißt es Tickets sparen. Denn die sind immer noch im Vorteil. Nein, nein nein, da... ... ... Ich hab deine Azul. ... Habt ihr den? Ne, habt ihr nicht. Wenn ich meinem Team halt nicht anders helfen kann, dann halt so, ne? Shit, hat mich doch tatsächlich mal einer getroffen und dann gleich mit 100 wiederbelebt, sehr nice. Munition fehlt mir auch nicht. Wuhuuu, was ist hier passiert? Sorry, ich kann grad wenig machen, ich bin massiv geblendet. Shit, ja, der steht da drin in der Hülle und schmeißt da sein C4, ja, der hat auch schon genug Kills, ich hole langsam auf, aber auch bei den Punkten, aber auch nur weil ich ja Medic bin. Es ist nicht einfach so wegsterben, Jungs, nicht einfach so wegsterben. Ich hab deine erste Hilfe. Ich, bevor ich irgendjemandem helfen kann, muss ich genug Leben haben. Okay, da kann ich nicht gucken. Gucken wir mal hier vorbei. Shit. Jetzt kann ich bloß hoffen, dass mich einer reanimiert. Scheiße! Ich hoffe, du weißt damit umzugehen. Nein, weißt du nicht. 20er Revives, wie ich sie hasse. Die helfen niemandem. So ist auch gar niemand. F stom. Ich schauw vor dem r affectant. Untertitelung des ZDF für funk, 2017